Streng genommen sind diese Männer erst auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz, der für Beobachter normalerweise unerreichbar ist. Sie gehören zur geheimen Kampfschwimmertruppe der deutschen Marine. Ausnahmsweise dürfen wir diese Elite-Soldaten für einige Monate bei Ausbildung und Training begleiten. Neustadt in Holstein im Frühjahr. Auswahllehrgang für die neuen Bewerber. 30 junge Männer aus ganz Deutschland werden sich die nächsten vier Monate einem harten Leistungstest stellen. Dass wir ihre Gesichter nicht zeigen, war Bedingung für diesen Film. Alle sind Berufs- oder Zeitsoldaten und fühlen sich körperlich fit. Doch ob es reicht für einen Job als Kampfschwimmer, das muss sich erst noch zeigen. 5.000 Meter in höchstens 22 Minuten. Schon die erste Hürde bringt viele an ihre Leistungsgrenze. Ein Arzt begleitet den Fitnesstest. Mancher Bewerber ist hier schon kollabiert. Können Sie sich auf Ihren Beinen halten? Ja, das ist halt ja. Nach dem ersten Tag sind von den anfangs 30 Bewerbern nur noch neun Männer übrig geblieben. Sie sollen nun im Hallenbad zeigen, ob sie der Ausbildung unter Wasser gewachsen sind. Und auch dies unter ärztlicher Kontrolle. Ich denke, ich habe da genug Erfahrung zu sagen, okay, das ist noch im grünen Bereich oder im orangenen Bereich und das ist jetzt gar nicht mehr nötig. Man sieht es manchmal oder oft, man sieht es eigentlich immer den Schülern an, dass man sagen kann, ist jetzt der Grenzbereich, ist jetzt überschritten oder ich muss da jetzt eingreifen oder eben auch nicht. Rücken gerade, Brust raus, Sie sind hier im Kampfschwimmerlehrgang, Sie wollen Kampfschwimmer werden und so sitzen Sie ja auch. Kommando geht, ab. 1.000 Meter in 23 Minuten müssen sie schaffen. Eine leichte Übung finden die Ausbilder, denn erstmal dürfen die Bewerber ohne Ausrüstung schwimmen. Später im Einsatz draußen werden sie eine Menge Gepäck mit sich schleppen, über viele Kilometer hinweg. Aber so weit sind sie noch lange nicht. Dienstanzug an. Dienstanzug an. Die einen dürfen in Uniform weitermachen. Derweil müssen andere in ihren Bademantel steigen. Sie sind raus, weil sie zu langsam sind, weil der Körper dem Stress nicht standhält. Eine bittere Erkenntnis. Das ist natürlich schon scheiße, weil es ist schon ein Traum, der irgendwo dann stirbt. Was war das für ein Traum? Kampfschwimmer zu werden. Warum will man das werden? Ja, das ist eine gute Frage. Warum will man das werden? Warum macht man nicht irgendwas anderes, was normal ist? Weil man einfach keine Lust hat auf irgendwie, wo man 8, 15 ist ab in dem Sinne. Und weil es halt einfach eine Spezialeinheit ist und man den Traum und den Wunsch hat, da hinzukommen. Die Übrigen sollen sich allmählich an das Arbeiten unter Wasser gewöhnen. Ohne Atmung, minutenlang. Für Untrainierte eine heikle Übung. Manchmal verlieren Anfänger dabei die Nerven. Nur wer es schafft, den Drang zu atmen, in den Griff zu bekommen, ist weiter. Die Leistungen, die wir unseren Soldaten abverlangen, die dienen nur dazu, den militärischen Auftrag umsetzen zu können. Und das Entscheidendere ist eigentlich die Kopfsache, die sich natürlich langsam Stück für Stück steigert. Das muss halt beides stimmen. Den Körper kann man trainieren, die Kopfsache, das muss man bis zu einem gewissen Punkt auch mitbringen. Die Feuertaufe für diesen Tag. Mit 10 Kilo Blei um den Bauch müssen die Bewerber auf dem Grund des Pools Aufgaben erledigen. Auch hier geht es eigentlich nur um eines. Ruhe bewahren. Atemreflexe ignorieren, lernen, den Körper zu kontrollieren. Früher mussten sie bei dieser Übung mindestens zwei Minuten ohne Luft unten bleiben. Inzwischen haben Ärzte interveniert und die Zeit auf eine Minute 15 begrenzt. Mehr sei Anfänger nicht zumutbar. Die Ausbilder sehen das anders. Härte gehöre zu diesem Job einfach dazu, sagen sie. Und die müsse man möglichst früh lernen. Fünf Wochen lang werden sie täglich viele Stunden in der Halle trainieren, sich ans Wasser als ihren künftigen Arbeitsplatz gewöhnen. Und lernen, sich selbst zu überwinden. In aller Ruhe, versteht sich. Marinehafen-Eckern-Förde. Diese Männer haben die zweieinhalbjährige Ausbildung zum Kampfschwimmer schon hinter sich. Viele der insgesamt etwa 100 Elite-Soldaten der deutschen Marine waren schon in Kriegs- und Krisengebieten im Einsatz. Etwa im Kampf gegen Piraten vor der somalischen Küste. Mit uns darüber reden dürfen sie nicht. Heute üben sie in der Ostsee. Ja, das ist alles nicht so einfach mit Schnell mal über dem Kopf. Zwischen Eckern-Förde und Damp soll ein Team die Arbeit mit dem Kompass trainieren. Das ist Grundlage für alles. Denn der Kompass ist immer noch die einzige Möglichkeit, sich unter Wasser zu orientieren. Ein Ausbilder am Strand erwartet sie. Das Meer ist aufgewühlt, Sicht nur einer Armlänge weit. Jetzt als Team überhaupt zusammenzubleiben ist schwierig genug. 30 Minuten haben sie Zeit, um den einen Kilometer bis zum Strand zurückzulegen. Längst hätten sie das Ziel erreicht haben müssen. Dann schließlich tauchen sie auf. Heute in einem Übungsszenario. Aber alle wissen, täglich kann der Einsatzbefehl in echte Kampfhandlungen kommen. Dafür trainieren sie. Es sei eine der härtesten Ausbildungen, die man jungen Männern in einer Demokratie zumuten könne, sagen sie hier. Wie sich Härte anfühlt, lernen inzwischen auch die Einsteiger. Fünf Wochen Ausbildung liegen nun hinter ihnen. Und die besteht vor allem aus täglichem Drill in der Schwimmhalle. Jeder der verbliebenen neun Soldaten könnte aussteigen, den Kurs abbrechen. Nachteile in ihren Einheiten hätten sie nicht zu erwarten. Auf Beobachter wirkt vieles hier wie Schikane. Das ist keine Schikane. Man muss das betrachten. Das ist einsatzorientiertes Training. Wir werden hier bis an unsere Grenzen gebracht und darüber hinaus. Und dabei müssen wir die Ruhe bewahren, müssen unseren Körper, beziehungsweise die Signale, die Reize, die unser Körper jetzt aussendet, aufzuhören, überwinden und einfach weitermachen. Machen Sie das immer noch gerne? Ich sehe das große Ziel daran, ja. Wie heißt denn das Ziel? Das Ziel ist, Kampfsummel zu werden. Und das gilt für uns alle hier. Zum ersten Mal kommen sie heute an die Tauchgeräte. Kampfschwimmer atmen mit einem Sauerstoff-Kreislaufgerät. Ein geschlossenes System, bei dem keine verräterischen Luftblasen aufsteigen. Die Schüler werden von Anfang an darauf gedrillt, im Team zu arbeiten. Nicht nur im Wasser, denn das Wasser ist sowieso immer nur der Weg und nicht das Ziel. Viele denken auch, das Kampfsummel nur im Wasser oder unter Wasser eingesetzt werden. Das stimmt nicht. Wir sind eigentlich mehr Infanteristen, die eben eine Zusatzbefähigung haben, um eben auch im und unter Wasser zu arbeiten. Das heißt, das Element Wasser ist für uns oft ein Verbindungsmittel, um von A nach B zu kommen und dann, um dann eben den eigentlichen Auftrag ausführen zu können. Nördliche Grenze. Südliche Grenze. Wie der eigentliche Auftrag aussehen könnte, zeigt man uns auf einem Truppenübungsplatz in Ostdeutschland. Häuserkampf steht auf dem Ausbildungsplan. Es sind realistische Szenarien zurückliegende Einsätze, die hier nachgestellt werden. Schusssichere Westen sind Pflicht für alle. Selbst die Übungsmunition kann auf kurze Distanz tödlich wirken. Die Gegner haben sich in einem Haus verschanzt. Da müssen sie jetzt rein. Das Eindringen in geschlossene Räume ist immer ein brisanter Moment. Der Gegner erwartet sie vielleicht. Eine Situation, die immer wieder geübt wird. Feinde aus Pappe werden per Funk aufgerichtet, um den Stress für die Gruppe zu erhöhen. Ein Team versucht sich im Schutz von Nebelgranaten vorzuarbeiten. Zu jedem dieser Trupps gehört ein Rettungssanitäter, der notfalls sofort die Erstversorgung übernehmen wird. In jenen ersten Minuten, die dann über Tod oder Leben entscheiden. Trotzdem, 55 deutsche Soldaten haben in Afghanistan ihr Leben gelassen. Auch in Szenarien wie diesen. Auch wenn sie diese Möglichkeit in Übungen immer wieder durchspielen, vor der Kamera darüber reden, wollen sie nicht. Ein Schwerstverletzter muss sofort vom Gefechtsfeld gebracht werden. Zwei Fahrzeuge werden angefordert. Dass dies eine Übung ist, haben hier alle vergessen. Unter Beschuss hat der Sanitäter dem zum Schein Verwundeten eine echte Infusion angelegt. Die richtigen Leute für solche Jobs zu finden, wird offenbar immer schwieriger. Also ich will das nicht pauschalisieren, aber es ist schon eine Tendenz zu erkennen, dass die körperliche Leistungsfähigkeit nicht mehr dem entspricht, was es vor zehn Jahren zum Beispiel war. Oder der Bereitschaft, sich zu quälen, nenne ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das ist nicht mehr so, wie es vor zehn, 15 Jahren war. Ein paar Tage später. Einsatzbesprechung. Die Gruppe, die es, die den Mittelgrund gekabert hat, nennt sich selbst die Baltic Warriors. Der Anführer der Gruppe an Bord ist der zweite von rechts mit der dicken Goldkette. Die Mittelgrund befindet sich irgendwo in der Eckernförder Bucht. Ein Übungsszenario, bei dem die Bucht von Eckernförde für ein paar Tage zur somalischen Küste wird. Ein U-Boot wird sich dem entführten Frachter nähern. Von hier aus soll ein Trupp Kampfschwimmer dann den Zugriff wagen. An Bord empfindliche Elektronik, mit der die Lage analysiert wird. Das meiste ist für unsere Kamera tabu. Klar, machen Sie es auch. Ein U-Boot ist eine ideale Basis für Operationen, bei denen Kampfschwimmer unter Wasser verdeckt ein- und aussteigen können. Das Camp der Übungspiraten, die vom Strand aus das entführte Schiff fest im Blick behalten. Der Piratenboss erklärt nochmal kurz die Lage. Wir hatten im Vorfeld eine Geisel genommen. So ist der Ablaufplan. Und die tauschen wir jetzt gegen größere Waffen ein, bei unserem Geldgeber, der ja irgendwo im Westen ist und mehr finanzielle Mittel hat. Der Geld- und Auftraggeber der Schiffsentführung ist inzwischen eingetroffen. Durch das Seerohr des U-Boots wird das Treiben am Strand ständig verfolgt. Die Piraten wollen offenbar mit den neuen Waffen zurück auf das entführte Schiff. Es gibt einen groben Ablaufplan, der hat sich mittlerweile schon ein paar Mal geändert. Also wieder leben in der Lage. Aber im groben Jahr wissen wir, was passiert. Im Endeffekt verlieren wir. Derweil machen sich die Spezialkräfte klar. Der Ausstieg beginnt. Wie die Taucher das Boot verlassen, dürfen wir nicht zeigen. Die Piraten sind inzwischen mit den neuen Waffen an Bord und wurden angewiesen, äußerst wachsam zu sein. Zwei Taucher bringen an der Schiffsschraube eine Sprengladung an. Die anderen sichern. Die Übungspiraten oben haben noch nicht mitbekommen, dass ihre Kameraden unten fieberhaft arbeiten. Bei einem echten Einsatz müssten die Taucher jetzt eventuell viele Kilometer zu ihrem Ausgangspunkt zurückschwimmen. Zurück zur Ausbildungskompanie nach Eckernförde. 18 Soldaten hatten vor vier Wochen das Training begonnen. 50. Acht sind übrig geblieben. Anzuklarieren. Wie gesagt, die ersten drei haben wir nach Hause. Fertig werden. Und ab. Das Programm heute nennt sich Freitagslauf und ist unter Kampfschwimmer-Aspiranten berüchtigt. Das hier sind nur die Aufwärmübungen. Hintern runter, komm. Meinst du, das sehen wir nicht da hinten? Runter mit dem Hintern. Runter mit dem Hintern und weiter. Auf geht's, Zeck. Zeigen Sie uns Ihre Leistungen. Und hören Sie auf zu bescheißen. Vor allem hören Sie auf, sich auszuruhen. Gleiches Spiel von vor nochmal. Diesmal die ersten vier haben Pause. Fertig werden. Und ab. Auf geht's, Hintern richtig runter. Kommt vier, runter da. Dann geht es ins Gelände. Die ersten sechs bleiben liegen. Und ab. Manches sieht aus wie Schikane. Auf geht's, Hände vor das Gesicht, Renner. Wo ist der? Schauen Sie, wo Sie hinwollen. Nummer zwei sind Sie auch endlich da. Da Sie uns alle beschissen haben, machen wir das Ganze nochmal. Hinlegen. Auf geht's, wenn du am Kopf durchgehst, welche Aufgabe jetzt kommt. Was mache ich? Ich nehme die Hände vor das Gesicht. Und nicht einfach blind runterrollen. Nicht einfach rollen lassen. Schauen Sie hin, wo Sie hinwollen. Nicht gegen den Baum, nicht gegen den Strauch. Und hoch. Nummer zwei, geben Sie Gas. Wer Schwäche zeigt, bekommt das Gegenteil von Mitleid. Wie Nummer zwei. Okay, drei bleibt liegen. Nummer zwei. Wir nehmen jetzt die Nummer neun auf den Hucke packt. Und laufen wieder runter. Ausführung. Eins, zwei, drei. Unten angekommen. Beide Sprint wieder hoch. Vierte Woche. Vierte Woche. Passt, geschafft. Von zwölf. Ein Drittel. Ein Drittel. Ein Drittel. Also erst der Anfang. Wer sich nicht unter Kontrolle hat, bekommt Strafrunden. Wir sind so verhalten wie er, sind wir aufgeflogen. Ob da jetzt ne Fliege ist, ob sie sticht, ob ne Brennnessel ist. Wen interessiert das? Nicht uns, oder? Oder Männer? Nein, Herr Obussmann. Wie lange der Parcours heute geht, welche Strapazen noch auf sie warten, das wissen die Schüler nicht. So wie in einem realen Einsatz, wo sie notfalls auch verwundete Kameraden in Sicherheit bringen müssen. Sie sollen leiden lernen, ohne zu klagen. Hubschrauberalarm. Ein neuer Befehl der Ausbilder. Alle müssen unsichtbar werden, egal wie. Einfach ablaufen lassen. Einfach ablaufen lassen. Erst wenn alle hier sind. Abtarn, der Rest, alle Abtarn. Auf dem Rücken, Gesicht einkriegen. Vor allem Abtarn, Männer. Alles noch viel zu hell. Einmal rumdrehen. Der Freitagslauf. An die 20 Mal machen sie während der Ausbildung diese Tortur mit. Jetzt die letzten anschließen. Komm, neun. Komm, Männer. Laufen kann jeder. Im Schlamm mit Ausrüstung ist ein bisschen was anderes. Hier nach da vorne, neun. Sieben. Schlussakt des Freitagslaufs dann mit Publikum. Am Eckernförder-Strand. Zwölf. Dreizehn. Halben Schritt vor. Nummer sechs. Ausgang stellen Liegestütz. Tausend Füßler. Aufrücken, Männer. Aufrücken. Das ist das erste Mal, dass sie das machen. Bei denjenigen hier im Gesetzeichen. Nummer zwei. Ausgang stellen Liegestütz. Männer, hochdrücken. Ohne sie wird das nichts. Rechte Schulter hoch. Wenn sie nicht zusammenarbeiten, können sie auch das Ziel nicht erreichen. Gerade eben haben wir darüber gesprochen im Wasser. Motivation, Teamgeist. Das genau. Darauf kommt an. Teamgeist allein reicht aber nicht, wenn am Ende der Körperschlapp macht. Daran arbeite. Jeder fünf. Von rechts. Dann an. Null. Eins. Zum x-ten Mal an diesem Tag Liegestützen. Als Training. Als Test der Leidensfähigkeit. Als Strafe. Denn wenn einer einen Fehler macht, dann müssen alle wieder ran. Bis an die Grenze des Zusammenbruchs, an die man im normalen Leben kaum kommt. Zusammen als Gruppe. Komm. Ich habe an gewissen Punkten einfach gemerkt, dass ich nicht weitergehen konnte, als es dann doch gefordert war. Und habe dann für mich festgestellt, bevor es festgestellt wird, dass ich hier nicht weitergehen kann. Und wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, irgendwann, dann fragt man sich natürlich zu Recht, ob man hier hingehört oder nicht. Und ob es dann nicht andere gibt, die den Job besser machen können. Und eine Ausbildungsgruppe ist eigentlich extrem stark. Es sind extrem starke Leute dabei. Und die machen es natürlich eigentlich einfacher. Und vor dem Hintergrund konnte ich dann halt für mich irgendwo bestimmen, dass ich hier nicht weitergehen möchte. Die Ausbildung bewegt sich mit Sicherheit an der Grenze dessen, was man abverlangen kann. Jedoch darf man nicht vergessen, dass hier eine sehr gefährliche Situation, nämlich eine Gefechtssituation, letztendlich simuliert werden soll. In der dann der einzelne Soldat dann auch bestehen muss. Man muss also schon an die Grenzen dessen gehen, was man einem heutigen Staatsbürger zumuten kann. Einige Wochen später, sechs Uhr in der Frühe, Marinehafen von Eckernförde. Die Anfängergruppe bricht heute auf zu ihrer Feuertaufe. Ein Schwimmmarathon liegt vor ihnen. 30 Kilometer in zwei Tagen müssen sie hinter sich bringen. Wer das schafft, ist seinem Ziel, Kampfschwimmer zu werden, ein großes Stück näher gekommen. Wir sind weiter raus. So wie die anderen. Ich habe es in der Augen gesagt, so 100 hinter die Kante, hinter die 4-Meter-Linie. Dann kommt der auch besser am Dampf gleich vorbei. Guck mal, was da auf dem Räcker steht. Mit 18 Leuten war der Kurs gestartet. Nur sieben haben es bis hierhin geschafft. Es ist Mitte September, Wassertemperatur so um die 14 Grad und die Ostsee ist wieder mal ziemlich aufgefühlt. Jeder von ihnen schleppt 30 Kilo Marschgepäck am Fußgelenk mit. 13 Stunden schwimmen sie an diesem Tag. Dann ist die erste Etappe geschafft. Die Gruppe ist noch vollzählig beisammen und schleppt sich langsam aus dem Wasser. Aber zu Ende ist der Tag für sie noch lange nicht. Nichts darf von der Ausrüstung verloren gehen, sonst hat man spätestens am nächsten Morgen ein Problem. Den Ausbildern entgeht nichts. Wir laufen jetzt im Anschluss rüber in den Wald und ziehen dort unter. Hat jeder seine Flosse? Wir haben gerade hier eine verloren. Beide. Beide. Beide Flossen verloren. Morgen früh wird man dem Pechvogel sagen, wie es weitergeht. Jetzt im Anschluss als allererstes einmal trocken machen, einmal kurz umziehen, dann das Lager einrichten. Die anderen holen schon Wasser und danach kann verpflegt werden. Fragen? Ausfüllen. Ja, hat sich noch 13 Stunden angefühlt. War eine einmalige Erfahrung, unglaublich hart. Das macht man nur einmal. Morgen ist der Endspurt. Morgen ist der Empfang durch die Kompanie am KS-Strand. Morgen kommt dann der schöne Teil. Ob er sich noch einmal für diesen Job entscheiden würde? Im Moment würde ich klar sagen, nein. Mehr wollen sie nicht sagen. Alle sehnen sich nach ein paar Stunden Schlaf. Der Soldat, der seine Flossen verloren hat, wird eine unruhige Nacht verbringen. Er ahnt, dass die Ausbilder ihm das nicht durchgehen lassen. So Männer, zweiter Tag. Heute gilt es, die zweite Halbstrecke hinter sich zu bringen. Wir schwimmen von hier aus zur Ecke Ostmohle. Und dann zum KS-Strand. Alle den Auftrag verstanden? Der Pechvogel von gestern schwimmt die zweite Etappe mit einer Flosse, die ihm ein Kamerad abtreten muss. Wie gesagt, Fehler Einzelner muss das ganze Team ausbaden. Am Nachmittag kommt endlich, nach endlosen Stunden in der Ostsee, der Strand von Eckernförde in Sicht. An der Mole im Marinehafen werden die Neuen schon von ihrer Kompanie erwartet. Der Zieleinlauf nach dieser Strapaze ist für alle ein Grund zum Feiern. Mit Böllerschüssen und einem spartanischen Feuerwerk soll ihnen Respekt gezollt werden. Alle haben durchgehalten und die schwerste Hürde ihrer Ausbildung geschafft. Die Zuschauer am Strand wissen aus eigener Erfahrung, was die Gruppe in den letzten Monaten geleistet hat. Immer wieder Sport, Training bis zur totalen Erschöpfung beim Freitagslauf, Marathon-Schwimmen. Das schaffen nicht viele. Darauf will der Kommandeur heute mit allen anstoßen. Also dann. Auf die hier angetretenen Kampschümer-Schüler. Herzlichen Glückwunsch. Viele Worte werden nicht gemacht, braucht es auch nicht. An diesen Tag werden sie sich auch so noch lange erinnern. Das ist ein Lohn für einiges, für viele Strapazen an dem heutigen und am gestrigen Tag. Die Schmerzen vergehen und der Stolz bleibt heute auf jeden Fall noch lange erhalten. Es ist ihr Start in einen Job, in dem sie sich als Elite fühlen können. Dass sie dafür auch ihr Leben und ihre Gesundheit einsetzen, dass sie bei Kommando-Aktionen weltweit vielleicht auch töten müssen, daran mag heute keiner denken. So, komm her. Endlich geschafft. Du musst ja nicht dich holen, Digga. Ja, du bist ja auch noch. Nee, bei mir sizedet. Ja, leider mache so. Tobi, Vielen Dank.